Hallo meine Puck-Freunde und Puck-Nenden zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies. In der letzten Folgen haben wir die vier Minispiele gespielt und dieses Bild hier, das macht mich schon so ein wenig aufgeregt. Ich hab Lust auf Geld. Backhold heißt das Minigame. Ich bin gespannt was es ist, ich hab keine Ahnung. Das Bild sagt mir nur, dass ich Geld haben will. Pflanzen! Was? Klicke und ziehe die Pflanzen um... Was? Warte, was? Soll ich machen? Ich schick das nicht. Äh, warte, geh du mal. Äh... Oh lol! Spare ein paar Sonnen an, um deine Pflanzen zu verbessern. Wie hab ich das gemacht? Ich schick das Spiel nicht... Achso, das ist das Reinbilden! Achso! Ach, das Spiel kennt man doch! Oh, das ist doch cool! Mischt Pflanzen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Die ganze Zeit drehen. Ja, äh... Warte, der kann da runter. Dankeschön. Das Spiel ist aber sehr interessant auf jeden Fall. Ey, 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 ey! Achso, das sind Upgrades! Allgemeine Upgrades! Mischpflanzen. Ja, ich muss nochmal mischen. Bam! Nice! Das ist auf jeden Fall interessant! Okay, 75 Gruppen muss ich bilden. Also, 75 mal... Ne? Weiß schon. Oh, das Ding kann ich auch schieben. Genau! Äh... Eigentlich bin ich besser in solchen Spielen, aber das war jetzt ganz so unerwartet, dass ich so ein Minischpiel bekomme. Aber echt cool! Das ist echt cool! Ich liebe sowas eigentlich. Ey, 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 ey! Du lässt das mal da, ja. Zombies haben eine deiner Pflanzen gefressen. Nein! Auffüllen. Okay. Ich hab keine Ahnung. So. Okay, das geht schon mal. So? So vielleicht? Ja. Was? Alter, nein! Lass meine ganzen Sachen in Ruhe! Ja! Das gibt's doch nicht! Meine ganzen Pflanzen, ey! Das ist doch voll gemein, Mann! Da oben kommt noch was. Komm hier unten vielleicht noch irgendwo. Ich guck mal immer ungefähr dahin, wo ich auch meine Mausfader hab. So. Ähm. Oh, warte. So, geht weiter. So, die Pär. Oh, ja! Nice! Die sind richtig gut. Ähm. Sollten wir keine Probleme mehr damit haben. Okay, das bringt nichts, wenn ich die falsch schiebe. Krieg ich zumindest keinen... Äh, das war kackt! Oder so. Sowas mag ich nämlich nicht. Okay. Okay. Wir haben eigentlich voll guten Schutz hier. Ja, äh, durchwischen. Äh. Ich find' ich zu cool eigentlich. Oh, no, 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 no. Das geht doch gar nichts nach. Ah, noch hier oben. Und dann? Äh. So. Genau. Ja, aber was jetzt? Ah, hier. Oh, ne große Welle kommt. Äh. Ich glaub, dieses Spiel verbindet sich einfach nur darauf, wie schnell ich hier das mache. Sorry, falls ich mich nicht langsam bin oder wenig schlecht bin. Mal, weil sie bin ich nicht so schlecht in solchen Spielen. Tut mir leid. Durchmischen, würde ich sagen. Ich find' nichts mehr. Ich find' no joke nichts mehr. Nochmal durchmischen hier. Hm. Ich find' schon wieder nichts. Nochmal durchmischen. Oh man, ich komm' mir vor, als wär' ich richtig scheiße. Sorry. So. Äh. Du Dachin. Gute. Dann du, äh. Gilt' ihn! Warte. Ich werd' wohl schon sagen, der wär fast gestorben. Ähm. Du Dachin. Ja. Dankeschön für die Münze. Du Dachin. Ja. Du Dachin. 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 Du Dachin. Dachin. Ah. Dachin. Du Dachin. Du Dachin. Ach nein. Dachin. Du Dachin. 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 Nein, einer wurde gefressen, nein, 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 die Sorge geht also nicht mehr, ich bin hier ok, äh, neu, die Folge geht schon 5 Minuten, irgendwie finde ich, dass ich viel zu lange brauche für so etwas kurzes, sorry, äh, aber, der kommt da hin, genau, und, ähm, ja genau, der kommt da hin, und, äh, der kommt da hin, jetzt haben wir hier keinen Schutz mehr, der kommt da hin, und, ähm, ja, ja, der kommt da hin, der kommt da hin, Danke für die Coins, die sehe ich gerne an, leid deine Spende hier nebenbei Ey, ey 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 ey, nö nö, so geht das nichts. Wo geht das nicht? Bam. Weil du... 1000 Recreation für die, Alter! Das ist ja krass. Das ist ja viel. Irgendwann geht er nicht. Oh nein, Mann. Die haben es aber gleich. Hört doch auf! Bringt ihn um! Laufen. Und noch mal drehen. Lotto drehen. Okay, die Lotto. Sasch. Sasch, Sasch. Kacke! Ich bin viel zu langsam! Die Schreiber schenken alle an. Küsse ich in die Hände gucken. Komm wieder ab. Äh, da. Und, äh, da. Und, äh, hier. Noch fünf Gruppen, ja! Noch vier! Noch drei! Ja, genau. Und. Kacke, da geht's nicht. Da geht's auch nicht! Da geht's denn noch? Ich find nichts mehr! Ah, machen wir nochmal neu! Passt schon! Find wir zumindest wieder was. Genau, jetzt sag ich... Und das soll es jetzt gewesen sein! Yes! Oh, wir kriegen noch den ganzen Diamant! Aber ich verstehe den Namen immer noch nicht. Und das Bild hat mich vollgeknickt, alter! Ich krach, ich krieg voll viel Geld! Mann! Okay, das nächste Mal mal geisterhaft! Oh, spooky! Spooky! Die sind alle unsichtbar! Oh, nein! Oh, sind die wirklich unsichtbar? Die sind einfach wirklich unsichtbar! Und woher soll ich dann erkennen, wo die sind? Ah, zu! Ah, dann kann ich sehen, dass da einer kommt! Ah, great! Noch mehr? Na, 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 na da! Warum hat der ganze Tag gekauft? Ich glaub, war ein Gafi-Gin. Ah, da kommt noch einer! Okay! Matschkürbis! Packen wir mal so einen da hin! Würde ich sagen! Okay, das ist auch interessant hier so! Na komm! Ich hab mir so ein Eisfiech! Aber im Wasser kann noch keiner sein, würde ich auf diese planschen hören oder hat jemand einen hellen und leider kommt näher da kommt näher da kommt näher kill ihn und anders hier irgendwo das hier zwei wellen sind es die diesmal sind sind es die diesmal allein noch mal so sehen rosenblätter wie man braucht verdammt ich könnte hier welche hinpacken oder knabbert jemand ganz schön solches schon einsetzen ja kaum jetzt knabbert er da schon wieder nicht machen soll ja mach schnell kaputt ja geht doch traurig man es geht doch so nicht nein er doch auf dass man die sterben rip ballnuss rest in peace nein da war sie nicht dran okay Okay, ich brauche mal eine Walnuss hier. Zack, yes. Walnuss ist wieder belebt worden. Nein, im Wasser kommt. Nein, 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 nein. Kacke, kacke, kacke. Was mache ich jetzt? Ich hätte hier hinpacken sollen, ich Idiot. Egal, der eine wird dann wahrscheinlich hier knabbern erst mal, bevor er dem hinkommt. Und was mache ich denn? Bin ich ein Idiot? Ja, das bin ich. Warte, man sieht die Wasser gar nicht. Man sieht die Wasser gar nicht. Und hat mir doch keiner gesagt, Mensch, ey. Ja, wo ist er denn? Ist er nicht hier? Wo ist er denn hier? Ja. Verreck! So, dankeschön. Wacken wir hier noch mal hin. Okay. Ja, machen wir denn? Nein, warum nicht? Vielleicht haben wir in dieser Folge sogar drei Minigames? Fände ich nice. Ich spare mir den auf. Auf die Welle. Also, die kommen denn jetzt. Zack. Spare ich mir denn auf, bis die ganze Welle angekommen ist. Nein! Keine Delfin-Zombies. Bitte nicht. Mama. Wer ist hier alles? Oh Gott. Hier ist... Doch, hier ist einer. Komm. Kommt zu mir! Traut euch! Was? What? Ey, 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 ey. So haben wir aber nicht gemacht. So haben wir aber nie mit dem Bruder. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Keine Ahnung, wo braucht man hier noch welche? Mach einfach dein. Ist mir egal. Ich hab keine Ahnung, Mann. Hm? Platsch. Wer ist hier noch, hä? Aha. Also im Wasser sieht man das nicht, okay. Das ist mir nicht blöd, aber man hört zumindest das Planschen, dass auf jeden Fall irgendjemand im Wasser ist. Oh, lol. Das war lucky. Da hab ich nämlich nicht drauf geachtet. What? Hey, hey, hey. Wer ist hier? Wer ist das? Oh nein. Oh nein. Warte, der bewegt sich weiter? Ich hab doch Eis. Ach, weil er selber Eis ist, oder was? Oh, Junge. Nein! Was soll ich da jetzt machen? Warte, wo kommt er? Ich weiß das noch nicht. Fässer, ey, ey. Nein! Nein! Nein, lass es doch! Oh, das war dumm. Oh nein. Wo ist er denn? Hilfe! Was? Es geht ihm! Mein Gott! Oh, jetzt muss ich ja natürlich warten. Ey, das sagt mich, Mann. So. Nein! Mann, das läuft gerade so wie falsch. Was soll ich denn machen? Ich hab doch keine Ahnung. Aber wir haben das alles geschafft. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Guys! Wir können es schaffen. Mann! Oh, fuck. Der ist direkt einer hier. Wetter den Ah. Okay, er ist gestorben. Okay, Ah, 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 Ah. Oh, oh, oh. Ich wollte schon sagen. Ich wollte immer alles sagen, Mann. Mensch, Mensch. Gibt es doch nichts. Was ist denn? Ey! Ey! Ey, 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 ey. Fing du Arpa, ne? Oh. Ja. Konnte ich jetzt auch nichts gegen machen. Sorry, Guys. Sorry. Nein! Verreck! Bruder, verreck! Verreck! Verstärkung. Mann, fuck nicht. Ist hier jemand? Ich glück mich. Oh, ja, zum Glück. Oh, Mann. Meine Güte. Der wurde schwierig, als ich dachte, ehrlich gesagt. Schaut mal auf hier. Halt, stopp. Jetzt reicht es. Ach, komm, als ob ich da kein... ...hinkpacken kann, ey. Muss ich jetzt extra noch 10 Minuten warten? Ja, je. Geil, geil, geil. Geil. Ja, jetzt. Oder wir packen den hier hin. Und dann... Ja, okay, ja, gut. Weil... Das ist nämlich wichtig, dass hier niemand hier durchkommt. Weil es uns haben wir verkackt. Und das ist... Da kommt zwei, jetzt pack ich einen hin. Stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Für irgendeinen Witz bringen gerade mit Stopp, aber keine Ahnung. Ich hab's angefallen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Danke für die Münze. Das ist doch eigentlich alles. Kein Problem. Bisher. Jetzt bräuchte ich mal die Zero, es mehr. Ich hab die ganze Zeit am Anfang richtig viele bekommen, jetzt krieg ich gar keine mehr. Why? Wieso bekomme ich überhaupt welche? Weil die mir doch eh wieder abgenommen werden, ah. Oh mein Gott. Oh, wie viele Finanzen denn da? Hey, 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 halt, stopp. Oh, das war's. Okay. Oh, wir kriegen nochmal einen Diamanten. Nice. Und ja, wir schaffen drei Spimo, diese Folge. Diese Folge. Oh. Also gibt's... Warte. Backholds, sagst du ja, mit Twist. Also ist es nochmal das gleiche? Nur anders. Also gibt es manche Minispiele einfach nochmal, aber die sind halt etwas anders? Vielleicht ist das hier, ja, das hier, weiß ich nicht. Ich seh Sternchen, ist auf jeden Fall das nächste. Und ja, ich seh Sternchen. Da hat der Name recht. Äh, was? Hab doch keine Ahnung. Was war denn jetzt von hier? Ja, so, Sonnenblume wäre ganz gut. Vielleicht bin ich Geld, mal schauen. Und... Ähm... Hm... 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 Der hat vielleicht noch ganz gut... Weiß ich noch nicht. Bumm... Bumm... Boah, keine Ahnung, du. Keine Ahnung, mach mal so. I don't know. würde alle markierten stellen mit sternfrüchten ach so ich muss das alles hier mit sternfrüchten machen und habe ich gewonnen oder wie was mache ich dann in dieser reihe dann muss ich ja so einen haben und so richtig krass in reinbauen das ist ja richtig mies das ist ja mies bruder das ist mies das ist richtig die 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 man 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 die doch man 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 so hat die so wie sie mal hier wenig war es sein schön haben wir doch noch mal einen hin hier packe ich keine gepackt was war ein pöckchen dahin zu 300 aber ganz nice die kartoffelmine mitnehmen sollen merke ich gerade ich mag ja eigentlich auch und für sowas wäre es auch gut ich kann ihn nicht mal dahin packen ja aber so denke ich mal ja ich würde sagen wir sind vier mal doppel sonnenblumen passt das schon hier noch ein wenig geld mit mann schnell ja das gesicht von diesem einen zahn man möchte ich doch um leute da keine anfänger mehr geschafft das doch oder die umzubringen kommt das schafft er doch ja geht doch er hat es jetzt nicht geschaffen ich sehe ständchen so eigentlich wäre jetzt die folge zu ende aber wir machen das jetzt noch durch 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 brauchen wir noch ok da greift er den mich hier an und dann greift er noch den an dann ist das doch gut so doch sollen wir nicht mehr geld hier hin packen weil geld finde ich ganz nice in diesem game wie ihr vielleicht erraten und ja da packen wir jetzt mal so einen hin hier nochmal das doppelte wenn der red die ist oh yeah nein stimmt er kann ja auch aufessen dann habe ich nicht gedacht dann wird da machen wir diese reihe zuletzt weil nein weil sowas passiert und die könnte ich gerade ausschießen was mich was was mir halt sagt dass die kacke sind weil die könnte ich gerade ausschießen und das ist doof und schlecht mein gott wieso wieso macht man sowas oh du schon wieder hey hau ab diesmal machst du mir nichts kaputt oh aber die könnte mir was kaputt machen wie ist das noch nicht gut man na lass mal es machen wir eine bombe aia so bringt mir durch ja aber die frage mich nicht länger hast mir auch egal jetzt ja ich beeile mich alles so schnell wie möglich weg zu bringen hier 1 2 ja gut wir wollen nochmal 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 stück und dann dann gibt mir mal ein wenig hier sonnenergie genau dann können wir nämlich hier nochmal äh da noch einen packen am besten packen wir hier nochmal so ein 1 hin ja noch 9 die laden sich aber auch möglich schnell auch ist das nur in diesem bonus so oder sind die allgemein so schnell am aufladen das wäre mal interessant zu wissen das wäre mal interessant zu wissen ja bum 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 jetzt könnte ich ja egal habe ich halt ein wenig verschwendet sorry 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 wir kommen weiter hör mal auf zu nanschen hör mal auf der stirbt doch wenn der stirbt ja dann zeige ich dich an man hat man hat mal auf hier sache gibt's ja leute gibt's ich wünsch mal die gibt's nicht 1 2 3 4 5 6 7 ok komm das packen wir jetzt noch schnell das packen wir noch schnell schnell mit dir kommst du hier nicht hin so killen wir den können wir den killen ich bin mir nicht sicher komm wir sparen auf ne bombe oder ah ok gut da schafft es noch zum Glück hat das doch geschaut hahaha ha 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 aber hier ne bombe ich glaub nicht dass wir den schaffen Mensch komm gib mir das ja nur der sonnenenergie schneller da kommt so viele schon was ich weiß es nicht gibt mir doch mal die sonnenänder gedankeschön noch fünf stück ich war für mich zumindest die folge lang ist natürlich leute zum beispiel die machen ja mittlerweile die machen so das macht er zumindest mittlerweile seine videos der part so fast 28 30 minuten so aber ich finde es persönlich halt besser oder normal wenn es als solche sagen keine ahnung so 20 22 24 minuten sind 20 geht aber auch nicht mehr aber jetzt sind 25 minuten das halt stopp ich hab gesagt stopp okay ich hab ihn gut abhalten dort okay 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 zack noch zwei packen sie es denn hier wie viele sterne geschossen werden überall sieht man sterne ich sehe sternchen ein noch ein ja ich werde auf jeden fall jetzt schon mal die abmutter zu machen oder wenn es euch gefallen hat mit dieser folge würde mich immer ein däumchen freuen auf jeden fall ein däumchen werden träumchen wie die sterne und dann würde ich sagen freue mich auf jeden fall das nächste mal wieder also welche sich mal wieder einfach tanzen gegangen kommis haut rein schönen tag noch okay nice